Maximilian Wendel ist da unser Sportreporter. Max, der Schock sitzt noch tief oder geht's? Ja, er sitzt noch tief. Niemals hätte ich daran gedacht, dass die WM so schnell wieder vorbei ist. Da ist noch nicht mal richtig die Atmosphäre aufgekommen und dann ist es schon wieder ausgeträumt. So geht's mir auch, wirklich schade. Wir haben ja gestern in der Sendung mit dir gesprochen, du warst beim Public Viewing hier in Mannheim, bist ja auch danach noch vor Ort gewesen. Wie ist denn der Abend weiter verlaufen? Wie war die Stimmung unter den Fans? Waren überhaupt noch welche da? Brasilianische dann, als das 20-Uhr-Spiel angefangen hat. Die hatten natürlich zu feiern, haben auch Samba getanzt, aber von deutschen Fans war nichts mehr zu sehen. Also natürlich kein Autokorso und von daher war Mannheim sehr, sehr ruhig gestern Abend. Gut, jetzt sind wir ausgeschieden. Daran ist leider Gottes nichts mehr zu ändern. Wem drücken wir denn jetzt die Daumen? Oder anders gefragt, wer hat aus deiner Sicht jetzt die größten Chancen auf den Titel? Naja, also bei dieser WM kann man, glaube ich, einfach die Ergebnisse würfeln. Also die ganzen Top-Mannschaften haben sich überhaupt nicht so präsentiert, als wären sie Top-Mannschaften, sondern da sind immer wieder Überraschungen dabei gewesen. Ich persönlich, aus familiären Gründen, drücke den Spaniern noch die Daumen, aber auch die haben ja sich nicht mit Ruhm bekleckert. England war jetzt richtig stark, da müssen wir mal gucken, wie heute Abend das Spiel gegen Belgien ausgeht. Brasilien hat gestern die Aufgabe solide gelöst. Also ja, die großen Nationen sind ja mit Ausnahme von Deutschland noch dabei. Ja, bitter. Die große Frage ist ja, haben wir auch gerade schon im Beitrag diskutiert, macht der Bundestrainer weiter. Was glaubst sich natürlich hinterfragen, was hat er falsch gemacht? Die Entscheidung, Leroy Sané zum Beispiel zu Hause zu lassen, war das die richtige? Ja, heute wird sich der DFB dazu nicht mehr großartig äußern. Es wird nächste Woche eine Analyse geben und dann muss man mal schauen, wie sie sich entscheiden. Aber Joachim Löw hat mit Sicherheit auch schon ein bisschen durchblicken lassen, vorhin in dem Interview, dass er sich Gedanken macht, ob er selbst zur Diskussion steht und ob er weitermacht. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Da wird es ja wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwie eine Info geben. Du hast es schon gesagt, eigentlich könnte man die Ergebnisse würfeln bei dieser WM. Trotzdem haben ja einige Favoriten in der Vorrunde auch wirklich Leistungen gebracht, die einen so ein bisschen erstaunt zurückgelassen haben, möchte ich mal sagen. Warum ist das so? Sind sich die Stars, die mal wirklich was erreicht haben, einfach zu sicher in diesem Turnier? Also speziell bei den Deutschen hatte ich das Gefühl, dass viele von diesen Altstars in Anführungszeichen gedacht haben, ja wir sind jetzt Weltmeister 2014 geworden, wir lehnen uns jetzt mal zurück und überstehen die Vorrunde im Vorbeigehen. Ja, Pustekuchen ist eben nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist der Kopf da, spielt da eine Riesenrolle, aber man sieht es ja an den anderen Mannschaften. Man windet sich da trotzdem irgendwie durch, durch individuelle Klasse. Ändern können wir es sowieso nicht mehr. Danke Max für deine Einschätzung.